Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Star Wars World Republic. Ja, wir sind schon wieder in den Hyper-Raum-Turm und schon wieder versucht da einer von den Gegnern unser Tor zu erobern, aber... Ja, du hast es gut verteidigt. Bist du der Einzige, der da ist? Ich bin der Einzige, der gerade noch da ist, ja. Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Ich gehe erstmal wieder in den Mittag. Noch sieht es gut aus. Haben wir zwölf Punkte mehr. Mit Betonung auf noch. Ja, jetzt wird es eng. Ich komme... Ich bin gerade unsichtbar. Ja, du? Ich bin auch eng, ja. Aber, 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 ich versuch die irgendwie... Ja, ja, ich kann den dann gegebenenfalls noch angreifen. Das ist kein Problem. Gut. Ah, okay, gut, der müsste dahinter sein. Wahrscheinlich unsichtbar, schätze ich jetzt einmal. Ja, bleib mal mit dir. Ja, ist er. Oh, der kloppt mir aber auch gerade einen Schaden rein. Geh weg. Jetzt geht er weg. Jetzt hat er mich. Oh, dieser Fettsack. Du Fettsack, wenn du das liest, wenn du das siehst. Du Fettsack. Ich find's lustig. Dieser Fettsack. Ist ja auch nicht so, dass die so random erstellt wurden. Hä? Hä? Oder, ne, was heißt random, kann sich ja jeder in dem Fettsack machen, wenn er will. Richtig. Der ist schon wieder weg. Der ist schon wieder weg. Weg! Ja, der hupft ganz schön schnell weg. Scheiße ist das. Jo, hopp. Der ist schon wieder sicher. Los! Warum? Ja, Fettsack wieder. Gießen, dann bekomme ich dich. Fettsack. Ne, ist er weg. So, wir brauchen einen Pfeiler. Ist jemand unterwegs zu einem Pfeiler? Irgendwie nicht. Ja. Oh, bei uns hinten wird gekämpft im Pfeiler. Ich geh mal mit, äh, helfen. Ja, geh mal mit, äh, helfen. Er hatte genau den Ficken. So, ich hab schon mal die Kugeln mir geholt. Die Kugeln nutzen nur uns, nur noch nicht, nix. Ja, ja, ja. Da kommen gerade noch mehr. Ah, verdammt, die versuchen natürlich jetzt den Pfeiler zu halten. Nee, nee, das wird nicht passieren. Ich war eigentlich gerade. So, schnell Pfeiler nehmen. Sechs Sekunden. Drei. Hoffentlich kommt nicht noch ein Typ. Ja, gut. Okay. So, links kommen gerade drei. Vier. Die, die eine bleibt hinten zurück, okay. Oh, krass, krass, krass. Das CC. Ja. Dann schnell, schnell, schnell wieder her. Haben die keinen Pfeiler? Da haben gerade wenig Punkte irgendwie. Na doch, die haben Pfeiler. Wir müssen nur unseren Pfeiler verteidigen. Ich schreibe dir nur toll mal in den Chat oder sowas. 34 Sekunden. Zoo hat auch schon zu kämpfen. Kann man auch runter gerade wieder? Ja. Versuch da irgendwie, äh, sind nicht mehr viele Sekunden. Wie sind's noch? Zwei noch? 20, 19, 18. Nee, ich mein jetzt, wie viele Leute hier noch rumstehen. Oh, super cool. Zoo ist gut. Ah, der hat ja da hinten. Da, genau, das passt. Dann zurück. Okay. Gut, es sieht auf jeden Fall schon mal strukturierter und deutlich besser aus. Ja. Noch geht's gut, Ulf. So, ich, ich geh mal wieder zum Pfeiler. Geh mal wieder zum Pfeiler, sicherst das. Du hast ja eher erhältst eine Soldatenmedaille, weil der zehn Gegner erledigt hat. Wir haben das geschafft. Ich glaube, der hat gar nicht mehr geschossen. Das weiß ich auch nicht. Na gut. Warum nicht? Ah, verdummt. Besuch, besuch, besuch. Dieser Kampfmeister wieder, dein Fettzack ist da. Mein Fettzack? Fettzack ist da. Boah, die kann aber auch mit ihren Messern rumschießen hier heutzutage. Warum ist das nicht der? Boah, der hat mich geumgebracht. Achtung, der holt die Pfeiler. Ja, ich hole gerade noch ein paar Kugeln und dann komm ich hin. Wie viel, vier Angreifer? Da kommen noch vier andere. Geh mal auf den anderen Pfeiler. Okay. Den anderen Pfeiler. Wenn da vier rumstehen. Ja gut, wir müssen... Nee, 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 wir machen das jetzt. Das sind jetzt mehr... Das ist von der Koordination her relativ schwierig, dass ich sie sehe. Ja, 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 ja. Ich komme gerade nicht raus. Da vier andere scheinen... Nein, doch, da sind ein paar aber nicht viele. Das sind böse oder guter. Nee, das scheint uns zu sein, oder? Ich weiß es nicht. Wir brauchen auf jeden Fall den Pfeiler, versucht ihr da drüben. Und ja, Erdbeere sucht auch schon auf der anderen Seite den Pfeiler. Gut. Könnte mal was werden. So, okay. Pfeiler unbewacht, Erdbeere... Nee, Querti macht. Ah, verdammt, da ist schon der nächste. So, wo ist denn mein... Wenn ich wüsste, wo mein Schlaggeschoss ist... Oh, gut. Haben wir den mal hin? Den einen, nicht den, wo ich bin, sondern den anderen, aber das ist egal. Verdammt, ich kann mich nicht wieder enthalten. Also auf unserer Seite ist extrem viel, gerade. Ja, ne, auf der anderen auch dafür. Momentan kämpfen wir wahrscheinlich nur um die Pfeiler. Scheiße, ich verrägleiche. Mist. So, 16 Sekunden. Ich denke, wenn da keiner mehr war, dürfte das kein Problem sein. Macht da irgendjemand irgendwas? So, wunderbar. Dark Lystra. 4 Sekunden. Okay. Dann... Malepunt. Lah l放... Der hat mich noch erwischt. Na egal, wer hier ist gestorben. Der Fettsack? Nee, nee, irgendein anderer. Aber die machen schon einen guten Schaden. Das ist hier aber auch trotzdem ziemlich heftig. Ja, das habe ich gemerkt. Ja, kannst direkt in der Mitte was nehmen, ich bin direkt schon unterwegs auf dem Weg. Ja, ich geht nicht in der Mitte, wenn wir was nehmen, wird der Fettsack gestört. Fettsack? Okay. Jetzt haut er wieder ab. Oh, hier ist direkt einer gleich. Kommst du klar? Ne, ich glaube nicht. Irgendwie verliere ich die 1 gegen 1 meistens. Wobei hier, ne, es geht. Geht. Ja. Gut. Ich bin jetzt auch auf dem Weg. Ja, trotzdem ganz knapp, ey. So, ich bleibe jetzt mit hier, weil wir müssen nur den Pfeiler verteidigen. Bleib hier, egal was ist. Erstmal voll heilen. So, okay, da hin. Jo, dann bleiben wir einfach mal hier. Oder? Geh mal gucken. Nee, du bist mir zu wenig Action. Geh mal mit in die Mitte. So. Achso, ich sollte mich selber mal... So, hier kam irgendeiner, ich hab's genau gesehen. Hier war jemand. Ja, einer ist so. Passiert aber einfach mal nix. So, okay. So, ich hab schon wieder Kugeln. Sehr schön, dann kommen wir hier, Kugel, Kugel dich rund hier, kommt Kugel dich rund hier. Kommt, komm zu Papa. Komm zu Papa Bolzen. Er hat mich sogar angezogen. Ah, er gibt nicht viel. Na ja, aber klein viel macht auch Mist. So, ich bleib mal hier, 17 Sekunden. Ich denke, das dürfte es gewesen sein. Den haben wir. War nicht ganz so knapp wie ich mir gewinne. Aber wir haben gewonnen. Bin mir fast sicher. Ja, hochdekoriert. Ich hab jetzt 10 Medaillen. Oh, Glückwunsch. Ich hab nur 7. Okay. Aber gibt's dann ja auch so, dass das ja so... Der Skill verschoben ist, so zu sagen. Der Skill? Nee, nö. Skill. Skill ist das irgendwie bei der Runden. Also, der Skill ist selber. So. Eigentlich brauchen wir nicht mehr hinkrennen. Aber... Ja, ja. Ich hab keine Lust auf Sterben. Noch bisschen Schaden machen. Yo, wunderbar. Wo? Was ich mich aber gerade frage, warum gab's denn hier jetzt nur 10 und warum haben andere 13 Medaillen? Was 13? Haben andere 13 Medaillen. Nö. Vielleicht weil die noch mehr gemacht haben als du. Sieht so aus, ja. So. Samuerte beispielsweise. 9... 26 Opfer. 28 Zor. Also, Zor hat gute mitgemacht. Hat gut geheilt. Zor kriegt man den Punkt heute mal. Der hat wirklich sehr gut. Sehr gutes Team gehabt. Also, sehr gutes... Nicht nur Team, sondern auch Timing und machen und tun und lassen. Hat er top gemacht. Kann ich mich nicht beschweren. Ganz oben waren bisher zwei Gelehrte, ne. Vom Schaden her. Die Erdbeere. Oder was ist hier die Schatten? Schatten? Schatten ist hier quasi der Unwichtbarer. Ich muss mal in Zukunft mal mehr auf Jedi Wächterinnen oder Wächter im Allgemeinen drauf achten. Ja. Und da mal ein paar Vergleiche zu ziehen. Ich finde den Schaden im Allgemeinen halt ein bisschen sprach halt irgendwie. Und irgendwie ist das richtig feil mit der Klasse, die ich mir da eigentlich rausgesucht habe. Also irgendwie gefühlt macht die zu wenig Schaden und aushalten für die gefühlt auch zu wenig. Also halt irgendwie so ein Mischmasch aus beidem wird es wohl sein. Aber irgendwie macht das bei beidem halt nicht ganz so viel. Ich mag den Botschafter grundsätzlich auch lieber. Muss man dazu sagen. Aber das liegt mehr oder weniger wahrscheinlich daran, weil ich den sowieso lieber spiele. So, wir können hier auch gleich das Ding aufmachen. Frühürzeln fertig. Oh, Stufe 34. Dann Glückwunsch, ich nicht. Danke. Gut, warum rennen wir hier hinten rein? Weil hier auch noch was Ruhe ist. Ach so, so. Du brauchst ja noch einer. Ja. Du brauchst aber beide noch. Hm. Na, du kannst doch die Porto holen. Da wo ich geholt habe, da kannst du auch noch holen. Das geht ja. Okay. Dann ist ja fein. So, jetzt raus hier. Die Damen da hinten können wir ruhig rumstehen lassen. Okay, die Bonus-Mission hätten wir auch. Dann haben wir heute gar nicht allzu viel geschafft, muss man ja so sagen. Irgendwie nur die Bonus-Mission und PvP. Genau, PvP ist ja sowieso standardmäßig, weil das war ja früher die Folgen. Ist ja klar, dass dann halt auch ein bisschen Zeit vom Level weg geht. Aber wie gesagt, es ist schon grundsätzlich besser, so wie wir es machen. Dass wir halt wirklich sagen, jo, wir machen PvP nebenbei mit. Genau. Anstatt hier drauf zu warten. Weil, wie gesagt, ihr habt das dann nicht gemerkt. Aber bei uns war es halt wirklich immer so, dass du wirklich offscreen ewig warten musstest. Wo bin ich denn? Ich gehe in die verkehrte Richtung, genau. Das ist egal. So, ich bin gerade gefroren. Wobei, hier ist noch ein letzter Teil von dieser Bonus-Mission an sich. Aha, warte, ich komme schon, ich komme schon. Warum auch immer ich auf dem Reittier geblieben bin, ich bin unterwegs. Ja. Der hat mich gehauen, der hat mir einen Viertel weggeklopft. Und trotzdem sitze ich noch. Na gut. Wo bist du denn? Ich bin auf dem Weg. Bist du auf dem Wege. Okay. Ja. Ich muss mich nur an den Mops vorbeischleichen, will ja nicht unnötig. Ich bin wahrscheinlich genau in die verkehrte Richtung gerannt. Dass der Dü sich hier um die Bonus-Mission streitet. Tö. Da ist er. Da bin ich. Ja. Und ich würde sagen, mit der Bonus-Mission, das werden wir in der nächsten Folge machen. Oder wie siehst du das? Ja, können wir machen. Leute, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss. 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 Vielen Dank.